Servus, grüßt euch. Ich bin der Hans aus dem Fliegel-Agro-Center und heute möchte ich euch unsere neue Rollhacke 6500 vorstellen. Ja, die Rollhacke, die wird aufgehängt auf einem ganz normalen 3-Punkt-Bock, Kategorie 2 in dem Fall. Die beiden Hydraulikzylinder, die fürs Abklappen der Seitenarme zuständig sind, die haben da herum einen Sperrblock drauf und angesteuert wird das Ganze über ein Doppelschock-Ventil, damit wir eine gleichmäßige Klappung hinbringen. Ausgestattet ist unsere Rollhacke mit insgesamt 70 Scheiben und die haben einen Strichabstand von 8 Zentimetern, 80 Millimetern. Ja, die einzelnen Rollhacken haben hier kleine Schaufeln. Das hat den Hintergrund, dass wir in den Boden eindringen können und die verkrustete Erdoberfläche aufreißen können und dass die Unkräuter im Fädchen-Stadium aus dem Boden rausgeschält werden und dann an der Oberfläche bei schönem Wetter verdorren können. Jedes einzelne Segment ist mit einer Feder vorgespannt und kann nach oben wegfedern. Absteuern kann ich die Maschine mit Hilfe der vier Stützfüße, die mechanisch mit einem Bolzen gesichert sind. Das heißt, ich fahre meine vier Stützen runter und kann dann die Rollhacke abstellen. Und wenn ihr mal da umschaut, wir haben da vorne links und rechts jeweils zwei Stützräder dran mit Ballonerreifen, die ich dann seitlich verstellen kann, damit ich mit den Stützrädern in der Spur vom Schlepper unterwegs bin und nicht zusätzliche Pflanzen-Niederfahr-Kaputt fahre. Jetzt im Moment ist ja die mechanische Unkrautbekämpfung ganz groß geschrieben, kommt immer mehr Glyphosat-Ersatz ab 2024. Eingesetzt wird die Rollhacke bei Mais, Getreide, Leguminosen oder Rüben. Vereinzelt kann man die natürlich auch in Kartoffelbeständen hernehmen zum Aufbrechen der Dämme auf der Oberseite und manche nehmen sie auch in Dammkulturen her. Probiert es aus. Wenn ihr Interesse an der Rollhacke habt, ruft es uns an, schreibt es uns unten in die Kommentare hinein. Wir würden euch gerne beraten und würden uns freuen, wenn wir uns hören. Also Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, töt euch!